Am 13. Juli vor einem Jahr postete der Griesheimer Daniel Bangert, der Vorstand des NSA-Spionsschutzbundes e.V. lädt sie recht herzlich zu unserem ersten Entdecken- und Beobachten-Wochenende am Dagger-Komplex ein. Kurz nach dem Aufruf stand der Staatsschutz vor Daniel Bangerts Tür und fand den Aufruf zum Spione-Beobachten gar nicht so lustig. Das Bündnis Stopwatching Us besteht aber weiterhin und wird am Samstag ein Jahr alt. Trotz NSA-Affäre sind Geheimdienste nämlich keine unbedingt nur amerikanische Erfindung. Bei mir ist es Florian, er hat bereits letztes Jahr zu bundesweiten Stopwatching Us-Demos aufgerufen und organisiert jetzt am Samstag einen Erkundungsspaziergang in Chorweiler, wo sich der deutsche Verfassungsschutz befindet. Florian, was habt ihr denn da am Samstag vor? Ja, also wir wollten auch so ein bisschen die Idee vom Daniel aufgreifen, die ja sonst am Dagger-Komplex sind bei der NSA-Anlage in Griesheim. Wir haben in Köln ja auch schon zahlreiche Demonstrationen abgehalten und dachten, diesmal machen wir auch einen Erkundungsspaziergang zum Verfassungsschutz. Wir haben immerhin in Köln auch ein Geheimdienstorgan und wollen die letztendlich auch mal ein bisschen beobachten und ein bisschen zurückspionieren. Und wie viele Leute erwartet ihr da so am Samstag jetzt? Ja, es wird diesmal eine etwas kleinere Aktion, also nicht so ganz groß wie am Neumarkt. Also deswegen gehen wir momentan von etwa 100 Leuten aus. Wir wollen das Ganze auch ein bisschen gemütlicher machen, dass wir einfach ein paar Reden halten, dass wir uns untereinander austauschen. Wir haben heute die Idee, nach der Demo am Verfassungsschutz uns noch am Fühlinger See einzufinden, um auch da einfach mal miteinander uns auszutauschen. Das heißt, ihr habt da vor allem die Möglichkeit, nicht nur Input zu bekommen, sondern auch euren Input, euer Wissen auch uns mitzuteilen und dass wir uns einfach gemeinsam austauschen. Ah, sehr schön. Du bist da jetzt schon seit einem Jahr auch dabei und engagierst dich da. Ja, hast du das Gefühl, die Partizipation der Leute oder irgendwie die Beteiligung der Leute hat sich verändert? Ja, es ist schon etwas anders geworden. Also mir fällt es halt einfach auf, die Aufrufe, die zum Beispiel im letzten Jahr waren, da war noch eine sehr hohe Beteiligung auch bei Facebook. Und ich finde es auch gut, dass die Menschen sich mehr Gedanken darüber gemacht haben, auch über die Möglichkeiten, was mit den ganzen Daten passieren kann. Heißt, früher haben ganz viele Leute zugestimmt, ich nehme meine Demo teil oder haben irgendwelche Sachen geliked. Also ich habe das Gefühl, gerade bei diesem Überwachungsthema ist es weniger geworden. So, als hätten die Leute dann doch ein bisschen Angst, was wird da gespeichert, was wird dann auch über mich und wir wissen die das dann alle. Wie kommst du denn bei dir dazu, dass du sagst, nee, ich habe da Lust zu, ich will mich da engagieren, ich will da was verändern? Ja, also ich habe selber bisher schon mal sehr viel geblockt. Ich habe halt einen eigenen Blog. Irgendwie merke ich halt auch, nur schreiben und das Gefühl zu haben, dass Leute vielleicht das Ganze lesen, sich Gedanken machen, reicht einfach nicht. Es gehört auch einfach dazu, die Gedanken oder auch die Ideen zu verwirklichen. Das heißt, einfach wirklich aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen. Ich habe dann im letzten Jahr einen Aufruf bei Facebook gesehen, der halt auch schon zu den Stop-Watching-Us-Demos letztes Jahr aufgerufen hatte. Ich habe mich dem angeschlossen, dann auch die Demo letztes Jahr in Köln mit angemeldet. Ja, und letztendlich sind wir jetzt dann fast ein Jahr jetzt auch schon in Köln zusammen unter dem Label Stop-Watching-Us-Köln zusammen. Und machen halt Aktionen, Demos, informieren die Menschen, haben halt auch hier schon in der Uni in Köln eine Podiumsdiskussion abgehalten. Ja, und sind tatkräftig dabei. Sehr, sehr schön. Und durch diese Aktion ist es ja sehr wahrscheinlich, so wie ja auch bei Daniel Bangert, dass du sehr beobachtet wirst oder dass sie da wirklich sehr hinterher sind. Wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlst du dich dabei? Ja, also ich meine, beobachtet werde ich, denke ich, so oder so. Klar, dadurch halt etwas gezielter. Mir ist es bewusst, erste Demo, die ich angemeldet hatte, hatte mich halt auch der Staatsschutz zum Beispiel angerufen. Jetzt kann man natürlich dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt nicht umgemeldet, es war halt ein Adressabgleich. Aber da hätte man ja auch eben genau mit der Polizei auch irgendwie klären können oder anders, das war halt schon der Staatsschutz. Daher ist mir schon bewusst, ja, ich werde beobachtet. Ich finde es aber auch okay, weil ich denke, ich habe dadurch die Möglichkeit, dass es Menschen gibt oder es gibt viele Menschen, die würden sich halt nicht trauen, unbedingt eine Demo anzumelden. Die können sich mir aber und auch vor allem unserer Gruppe vor allem anschließen, ein bisschen ihr Gesicht wahren und wir zeigen unser Gesicht dafür. Sehr, sehr, sehr schön. Das Aktionsbündnis Stopwatching-Asset lädt am Samstag zu einem Erkundungsspaziergang nach Korbile ein. Dort sitzt nämlich der deutscheste aller deutschen Geheimdienste, der Verfassungsschutz. Los geht's am Pariser Platz um 14 Uhr.